Musik Ringer never plus. Nichts geht mehr. Dies war das Motto des 37. Open-Or-Festivals auf der Mainzer Zitadelle. Politische Diskussion, Theater und Musik, vier Tage volles Programm über Pfingsten. Musikalisches Highlight am Sonntagabend war die Soul- und Bluessängerin Malar Glenn. Musikalisches Highlight am Sonntagabend. Musikal Security Musikal shifting Musikalisches Highlight am Sonntagabend. Musikalische Highlight am Sonntagabend. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018